Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu Escape vom Tag auf und herzlich willkommen zu einem kleinen besonderen Video. Und zwar geht es um das, dass ihr eigentlich alle ein bisschen verrückt seid. Oder narrisch, wie man hier in Bayern sagt. Wer mein Blood Bowl Video gesehen hat, wer jetzt wissen, was das geht. Wer es nicht gesehen hat, ist auch nicht schlimm, der erfährt es jetzt. Oder hat es vielleicht auch auf meiner Kanalseite gesehen. Wir haben die 200 Abonnenten geknackt. Sind jetzt gleich schon bei 205 oder 206. Also nur mal dafür, ihr seid Hammer. Und ich weiß auch, dass die meisten Abonnenten hier wegen Escape von Tarkov sind. Und ich mache ein kleines Special für die Blood Bowler und möchte auch ein kleines Special für die Escapler machen. Und ich habe mir da jetzt überlegt, dass ein paar Leute haben mich ja schon angeschrieben, dass ich ihnen ein bisschen beim Einstieg helfen soll und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wer Lust hat, soll in die Kommentare schreiben, wer mit mir mal einen Abend Escape von Tarkov zocken möchte. Mit Aufnahme natürlich auch. Und ja, dann werden wir das machen. Und ja, ich werde euch zeigen, was ich kann. Ihr wisst ja eigentlich schon, was ich kann, wenn ihr meine Videos gesehen habt. Und werde euch ein bisschen im Spiel helfen. Kann natürlich auch ein erfahrener Hase sein, der mir noch was zeigen möchte. Also ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn es natürlich zu viele sind, muss die Losfähie entscheiden. Ist eh klar. Aber ich hoffe, das klappt. Das einzige Problem, was ich noch aktuell habe, ist, dass jetzt in der Weihnachtszeit natürlich noch schwierig ist, eben wegen viel Arbeiten, so Einzelhandel. Ja, mir verticken gerade an Massig an Waren. Und ja, deswegen ist es zurzeit schwierig, irgendwelche Termine vorauszusehen. Aber so ein Abendmahl kann ich mir bestimmt freihalten. Ich hoffe dann, dass diejenige Person da auch Zeit hat. Und dann werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Gut. Somit würde ich mal sagen, ihr seht schon, ich habe mir jetzt hier ein bisschen eine Ausrüstung zusammengebastelt. Wir haben jetzt hier einen Bodyarmor, eine PP19, eine SV98 und eine TT. Ich überlege gerade, ob wir die TT noch einen Acht Schuss erreichen. Ich möchte jetzt in einen Raid gehen, aber nicht, ähm, ja, online, sondern offline. Genau, jetzt ist nur die Frage, in welchen... Ich würde mal sagen, wir gehen, wir gehen, wir gehen auf Shorline. Genau. Und... Wir wollen jetzt hier mal, ähm, ja, äh, ein bisschen die Waffen ausprobieren und, ähm, ja, auch ein bisschen euch was erzählen, auch zum neuen Update, das wo jetzt dann kommt. Und deswegen habe ich jetzt hier, ähm, auch, ja, die Offline-Variante gewählt, weil ich jetzt ein bisschen mehr sprechen möchte und jetzt nicht, äh, viel auf die Umgebung lauschen, sondern einfach ein bisschen, ähm, Action haben möchte und, wie gesagt, auch dabei labern können. Das, das geht einfach jetzt in einem normalen Raid nicht. Da muss ich konzentriert sein und, ähm, ja, versuchen zu überleben. Ihr wisst ja selber, wie schnell das gehen kann. Ja, äh, neues Update. Äh, kurz nach Weihnachten, also es heißt so, irgendwie kurz vor Silvester, soll, ähm, ja, diese Open Beta starten. Das bedeutet, dass Leute, die sich im Forum angemeldet haben, ähm, da eventuell Keys bekommen für die Open Beta. Und auch wir alte Hasen bekommen scheinbar ein bis zwei Keys, äh, die wir an Freunde, Bekannte, etc. weitergeben können, die dann das Spiel sieben Tage, was der Geier testen können. Und, ähm, ähm, ja, das Ganze soll jetzt eben über den, die Weihnachtsfeiertage irgendwie, äh, stattfinden. Wann, wie genau, ich weiß es noch nicht, es steht, glaube ich, noch kein genauer Termin fest. Ähm, aber passieren wird es definitiv. Und ja, was passiert dann überhaupt? Es gibt natürlich wieder ein Update. Es wird einen Stresstest geben. Also die Server werden, ähm, ja, ähm, nur durch mehr Leute, äh, auf jeden Fall belastet. Und bin dann gespannt, wie es läuft. Also ihr wisst ja selber, bei mir läuft es ja eigentlich ziemlich gut. Ich darf mich ja echt nicht beschweren. Ähm, und, aber es läuft noch nicht bei allen so gut. Also, es gibt genügend Leute, die regelmäßig im Forum schimpfen. Ich weiß selber, ähm, es ist auch so eine, ähm, kleine Regel, die es im Verkauf gibt. Ein zufriedener Kunde erzählt drei Personen. Ein unzufriedener Kunde erzählt zehn Personen. Also, ähm, so ähnlich ist es ja auch hier auch bei den Spielen. Ihr, ähm, wenn ihr unzufrieden mit einem Produkt seid, äh, oder jetzt hier mit dem Spiel, lasst ihr halt das natürlich, ähm, eher aus, als wenn ihr zufrieden wärt. Und genau das ist es auch hier die Problematik. Kann ich jetzt nicht sagen, ob das, ähm, ja, äh, deswegen so ist, ob auch wirklich so viele Leute, wie es mir immer vorkommt, wirklich Probleme haben. Ähm, aber, also, ich halte mich ja da auch ziemlich still. Und, ich würde jetzt mal sagen, denke, das geht anderen genauso. Ähm, die, bei denen es läuft, mein die regen sich im Forum einfach nicht auf. Und, ja, keine Ahnung. Ähm, ihr könnt mir selber mal in die Kommentare schreiben, die, wo es geht von Tarkov schon benutzen. Benutzen, benutzen. Äh, spielen, ähm, wie es bei euch läuft. Habt ihr auch so viele Desings oder, ist das bei euch ein bisschen chilliger? Also, ähnlich wie bei mir, dass man selten Desings hat? Okay, ich sehe keinen. Das wäre eigentlich so laut gewesen. Okay. Wie lang war ich hier schon nicht mehr auf der Insel? Oh, okay. Jetzt wissen wir wann. Hallo. Jetzt läuft er davon. Die schauen sich da den, den Ozean an. Oh, der ist auch schon tot. Cool. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Es sei gar, okay. Ähm, wo war ich jetzt? Oh, ein Goldschirm. Noch eine Granate. Wo war ich jetzt? Verdammt, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Ich habe mich jetzt wohl ein bisschen, ähm, zuhören angebracht. Ja, auf jeden Fall, ähm, also ich bin aktuell zu füllen mit dem, ja, seitdem, dass ich, dass ich meine Arbeitsspeicher aufgewüstet habe und seit dem damaligen Update läuft es bei mir echt supergut. Und ich kann mich nicht beschweren und deswegen, ja. Ich spiele aber auch nicht so viel. Ich muss jetzt auch sagen, eben dadurch, dass ich so viel arbeiten muss. Ich sehe ja, genügend die auf Level 40 und was der Geier schon noch rumlaufen und was weiß ich, ich höre auch in Form, wie viele Trillionen, ach, an der Rubel, dass die sind, ja, ja, sie haben ein Trillionen, das ist natürlich übertrieben, aber, ähm, für die ist jetzt, äh, wenn die jetzt ein Bodyarmor verliehen und ist, scheiß dort runter, ja und von dem her ist es natürlich auch für viel spieler ich spiele immer so ein zweiter vielleicht mal fünf weiter am stück und dann ist auch schon wieder gut ich weiß jetzt gar nicht warum ich gar nicht oder sagen aber für die leute die wo es nicht kennen dass die hier gibt es cool dort sind ziemlich viel cool natürlich immer schwierig wenn man jetzt hier drüben ist erst mal haben sie mit gast zu tun und zweitens es ist so dass wenn man sie gelootet hat kommen muss man natürlich wieder übers boot und da warten dann teilweise schon die spieler darauf dass man zurückkommt von dem her sehr gefährliche geschichte alleine würde ich hier eigentlich nie übergehen muss ich ganz ehrlich sagen um zu zweit zu dritt ok aber alles andere macht eigentlich keinen sinn schau da sind keine akkorde haben wir jetzt hier ein hafen munition brauchen wir eh nicht ja ja update wir waren beim update irgendwann mal update es kommen wieder natürlich neue gegenstände es sollten irgendwelche stock markets kommen also doch text was mir darunter vorstellen kann als ich noch nicht dann was soll noch kommen was habe ich jetzt noch im kopf ja ganz wichtig schon allein wird vervollständigt also mit dem können wir bald rechnen dass diese map hier komplett ist ich finde sie ja so wie sie jetzt aktuell ist schon ziemlich cool also mir gefällt die design und jetzt sie unterscheidet sich auf jeden fall viel von den anderen maps und ja was kommt noch irgendwas war doch noch interessant ich habe es gestern gelesen aber es ist alles sein irgendwas noch noch interessant ja spawning soll verändert werden da bin ich selber schon gespannt darauf also eventuell dass die die scuffs zufälliger spawnen also das würde ich echt also das würde ich schon cool finden dass man jetzt zum beispiel nicht weiß dass dort auf der insel zwei scuffs sind also das wäre es könnte mal sein dass welche dort sind es könnte sein dass keine dort sind es kann sein dass dort vielleicht auch mal vier sind so das wäre irgendwie ziemlich cool und was ich ja schon mal in dem video erwähnt habe was ich auch noch cool finden würde wenn es ganz unterschiedlich gut werden also also wir hatten ja schon mal als gast die waren extrem also die haben sich umgedreht haben den hedger gegeben und laufige scherze als sowas will keiner aber das ist unterschiedlich gute qualitäten am es gibt dass der eine schlechter schießt der andere besser schießt sowas würde ich noch cool finden wo ist die leiche hallo vielen wohl hätte die snapper echt cool und so richtig schön laut habe ich nur erwischt leck mich am arsch war ich jetzt wieder blind so erschrecken ich sehe keinen unip ja ja ich glaube ich habe gleich keine Schusschen mehr ok also entweder habe ich den jetzt zu schlecht getroffen ich habe den ersten auch nicht erwischt es könnte also immer noch sein dass hier ein zweiter rumläuft ne egal ach nein die werden wir gleich mitnehmen aber erstmal schauen wir mal hier noch einen zweiten finden da war auch schon einer was ich auch finde das Gas soll ja jetzt haben wir ein Magazin verloren weil wir natürlich vorher vergessen haben zu trinken egal genau gespannt dass man hier die Waffe gewechselt haben das hat sich gut im Gefühl ja ich denke jetzt mal sollte die Ruhe sein jetzt lassen wir die fallen können sie eh wieder und nehmen uns jetzt hier noch so ein bisschen auch kein Munition mit und hier können wir jetzt eigentlich noch die Munition mit dem Goldschirm bauen wir eh nicht genau so jetzt spielen wir jetzt noch ein bisschen mit der Wepper was hattest du sonst noch mit dabei ich hätte viel mehr mit Granaten schmeißen müssen ich habe ja auch noch kein direktes Tutorial für ähm Customs gemacht äh Customs äh Customs Session Showline vor dem her ist es jetzt vielleicht gar nicht schlecht dass wir hier so eine lockere Runde auf Showline machen dass ich euch hier auch ein bisschen was zeigen kann hier hängt die Leiche oh jetzt kommt ein Bodyarm an der hat eine Wepper KHM ok also können wir hier noch ein bisschen Munition mitnehmen oh oh wo 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 ist der schlechte Position gerade keine Deckung und keine Ahnung wo der Scuff gerade ist das ist jetzt ein paar katalierende Scuff den ich nicht sehe ich denke mal da ist oben bei der Tanke ich das hasse dass ich hier nicht einfach drüber steigen kann komm 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 sie du komm 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 krass komm komm vaissele genau das gas unterschiedlich gut und wie gesagt auch an rennen plätzen ich finde das ist eh schon super dass sie patrouillen jetzt hat er eine granate geschmissen ich habe 10.000 granaten und nimm keine her egal jetzt sind wir verrückt schade ja dann muss ich nicht mehr ganz so viel labern ihr seht auch gegen es gab es kommen sterben viele headshots dabei kein einziger headshot und wir können jetzt ja vielleicht noch mal was können wir uns jetzt eigentlich noch angucken ja also wir werden auf jeden fall in den nächsten videos jetzt noch vorm vibe sehen als die sv 98 dass ich mal mit der in den raid gehen aber davor muss ich gerne noch ein bisschen üben weil ich habe vorher echt ein bisschen scheiße geschossen mit der eigentlich bräuchte mich ein visier dazu aber da habe ich die die händler noch nicht weit genug gelevelt ja was haben wir sonst noch für tolle waffen könnten auch mal ein raid mit mit der ak machen ja das schöne fehler mit darauf aber die hat auch eine reichweite von jetzt hier 56 metern das hat jetzt eigentlich die sniper für eine reichweite 1000 meter die geht schon über einen kilometer schon cool ja liebe leute auf jeden fall schreibt mir in die kommentare wenn ihr mit mir ein paar rates machen möchtet eventuell wenn spaß macht können sie auch gern mal zwischen dann mehr sein ich habe immer nur das problem dass es wie gesagt mit mit der zeit das wird im sommer oder besser im frühling wieder besser aber jetzt winterzeit ist immer ziemlich viel arbeiten aber das werden wir bestimmt schaffen dass man dann gemeinsam termin finden und dann sagt man bereits also wenn die bewerbung einfach in die kommentare und wie gesagt wenn es mehr sind entscheidet die losfee und dann ziehen wir ein bisschen durch tag auf ich bedanke mich fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten raid in der nächsten folge es gehört von tag auf für dich servus euer dr wühl